Mit dem Heizungsgesetz hat der Zoff vor einem Jahr angefangen. Die Regierung war sich nicht einig, viele Verbraucher irritiert. Vizekanzler Robert Habeck wollte damit eigentlich für Nachhaltigkeit sorgen, aber er hat den Absatz von Gasheizung angekurbelt. Wie steht es nun um die Haussanierung, die Wärmepumpen und die staatlichen Förderungen dazu? Eines ist sicher, das kostet alles viel. Dämmen, Renovieren, Energiesparen. Was sich davon lohnt, wie hoch die Ausgaben sein können, verrät uns gleich Marvin Götze, ein Energieberater aus Südhessen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser. Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 3. September. Ingen, schließ mal kurz die Augen. Wenn ich das Wort Heizungsgesetz sage, woran denkst du? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen irritiert davon, dass ich fürs Heizungsgesetz die Augen schließen soll. Man würde ja denken, so kurz nach dem Urlaub, schließ die Augen und berichte von deinen schönsten Urlaubserlebnissen. Aber jetzt kommst du. Ja, Sandstrand habe ich nicht gesagt. Es geht hier um Ernst zu drehen. Ja, ich sehe schon. Willkommen zurück. Willkommen zurück, genau. Und jetzt aber das Heizungsgesetz. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt mal machen wollen würde, die Augen schließen und Heizungsgesetz, da sehe ich vor allem echt viel Chaos. Ich kann mich gut daran erinnern, als das alles passiert ist mit dem Heizungsgesetz. Und das wirkt ja auch bis heute nach. Und wenn ich es in einem Satz zusammenfassen sollte, stellen mir sich irgendwie die Nackenhaare auf. Ja, seitdem wir vom Heizungshammer gehört haben, ist schon wieder viel Zeit vergangen. Das Heizungsgesetz heißt richtig auch Gebäudeenergiegesetz und ist mittlerweile in Kraft. So wie der Anfang der Vorschlag war, ist es aber nicht geschehen. Da hat sich noch ein bisschen was geändert. Ja, vor allem hat man so ein bisschen den Eindruck, die Zeit steht da auch so still. Wenn wir jetzt wieder so darüber diskutieren und große Aufregung darüber ist, wie arbeitet die Koalition jetzt gerade nach den Wahlen im Osten? Das ist ja ein ganz großer Kritikpunkt. Es ist so viel Chaos. Es ist so viel Verwirrung. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch wenn Habeck ja ansonsten sehr oft sehr viel Sympathie entgegenschlägt. Aber dieses Heizungsgesetz, das hat ihn wirklich nachhaltig in diese Chaos-Diskussion echt mit reingezogen. Das wird heute immer noch als Beispiel genannt für allein dieses Heizungsgesetz. So viel Verwirrung. Genau, da war von Wärmepumpen die Rede. Um die geht es immer noch. Neu hinzugekommen ist dann jetzt in dem Laufe der Diskussion, die ja immer noch da ist, die Fernwärme und auch die kommunale Wärmeplanung. Und bis das alles umgesetzt wird, wird es wieder dauern. Ja, und ich kann ganz aktuell ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudern, dass dieses Thema Wärmepumpen und überhaupt diese ganzen Energiethemen einfach echt so mittendrin sind in der Gesellschaft. Ich habe jetzt im Freundeskreis gerade das Thema, wird gerade in diesen Minuten eine Gastherme eingebaut. Also nicht, dass ich irgendwie da eine besondere Expertise hätte bei diesem Thema. Weiß jetzt, ob das eine oder das andere besser ist. Aber alleine so dieses, ist es überhaupt erlaubt, heute noch eine Gastherme einzubauen? War da nicht mal irgendwie irgendwas? Da ging es um Altersgrenzen, ob man mit 80 das wieder darf, eine Therme einzubauen oder unter 80 ist eine Wärmepumpe sein müsste. Wie viel Geld gibt es da eigentlich? Ich kann mich auch noch an so Nachtaktionen erinnern, wo dann, ich glaube nicht mehr für das Wärmepumpenthema, aber für ein anderes Effizienzthema bei Häusern plötzlich KfW-Förderungen gestoppt worden sind. Also ich will nur sagen, es wirkt echt bis heute nach. Also ist dieser Podcast jetzt zur rechten Zeit und vielleicht auch für den einen oder anderen mal vor dem Winter sich noch Gedanken zu machen darum. Wir wollen nachhören und sprechen dafür jetzt mit einem Energieberater, der heute unser Gast ist, der sich da gut auskennt. Ich begrüße den Energieberater Marvin Götze, der uns mit der Haussanierung bestimmt weiterhelfen kann. Herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo. Herr Götze, Sie sind Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer eines nicht mehr ganz kleinen Energieberatungsunternehmens aus Darmstadt. Damit sind Sie jedenfalls nicht allein in der Beratung unterwegs, aber Sie kommen immer auch noch zum Kunden, richtig? Das ist richtig, genau. Also bestimmt so 30 bis 50 Prozent meiner Zeit wird noch beim Kunden verbracht, ja. Sehr gut, da wollen wir gleich was drüber hören und wir wollen auch gern sprechen über das Heizungsgesetz, die neue Förderung und staatliche Vorgaben. Dabei doch in den vergangenen Jahren und Monaten schon immer wieder was los. Aber zunächst, wir sind jetzt hier im Neubau im Europavittel in Frankfurt und sitzen in unserem Podcaststudio. Da ist eigentlich keine Sanierung jetzt irgendwie nötig. Anders sieht das aus, wenn Sie unterwegs sind und vor Ort Kundengespräche haben. Wie ist das denn dann so? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier ein Haus aus den 50er oder 60er Jahren. Wie geht es da los? Ja, also es passt, weil als ich hier reingelaufen bin, man hat so diese Berufskrankheit, dass man kein Gebäude sehen oder betreten kann, ohne es direkt irgendwie zu bewerten. Genau, dann habe ich den selben Gedanken gehabt, schöner Neubau, gefällt mir. Ja, aber wenn ich jetzt zu einem klassischen, ich sage mal, das ist ja dieses 50er, 60er Jahre Gebäude, ist ja so, dass der Gesetzgeber sagt oder der Fördermittelgeber sagt inzwischen worst performing building für die eben energetisch am schlechtesten funktionierenden oder im schlechtesten Stand seienden Gebäude in Deutschland. Ja, dann ist eigentlich immer als ersten Schritt auch so ähnlich wie hier, man geht ums Gebäude rum, man nimmt erstmal so den Eindruck auf und kriegt dann bei aller Individualität, die diese Gebäude haben, merkt man schon relativ gut, was eben über die Baualtersklassen gleich ist. Also man sieht, okay, das ist ein Dach aus dem und dem Jahr, aha, okay, dann kann ich, habe ich schon eine Idee darüber, ist es sanierungswürdig, schneller oder langsamer. Ich habe eine Außenwand aus dem und dem Jahr, ist da schon was gemacht oder ist nichts gemacht? Auch das sieht man auf den ersten Blick, was nicht nur Farbe angeht, sondern Dämmung, Fenster. Das alles lässt sich eigentlich auf den ersten Blick zumindest mal grob beurteilen. Und dann ist ein zweiter Schritt immer eben nach dem, ja, klassischen, nach einer ersten Beratung zu besprechen, okay, wo sind eigentlich, ist immer auch wichtig, den Kunden kennenzulernen und zu wissen, was hat der eigentlich für Bedürfnisse, weil am Ende ist eine Energieberatung immer auch eine Dienstleistung. Man muss da auf einem kommunikativen Level stehen und wenn das nicht funktioniert, dann hat man von Anfang an einen schweren Stand. Das heißt, wichtig ist erstmal, dieses Level zu etablieren. Genau, und dann eben auch zu gucken, wo drückt denn der Schuh, weil meistens wird man ja gebucht für, ich will irgendwas machen. Es kommt auch vor, dass man sagt, oder dass die Kunden sagen, ja, ich weiß, mein Gebäude ist schlecht, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt auch die Kunden, die sagen, ich will ein neues Dach, wie soll ich vorgehen? So, genau. Insofern, nach dieser ersten Betrachtung geht es dann sehr darum, eben diese, ja, zu erfühlen, wo drückt der Schuh und dann eben kann ein zweiter Schritt sehr gut eine Berechnung sein, wo dann das, was man so initial als Dinge sieht, dann auch dem Kunden mit Zahlen quantifiziert wird. Also Sie gehen ein bisschen ums Haus rum und hinein und klopfen ein bisschen gegen die Wände und merken dann, was da los ist. Dann geht es ja irgendwann auch ums Thema Kosten. Was ist da für so ein Beispiel, wenn wir jetzt ein älteres Haus mal haben, was da alles gemacht werden muss? Im Zweifelsfall ist ja nicht saniert und ist ewig nichts gemacht. Ja, das kommt öfter mal vor, ja. Ja, Kosten ist natürlich erstmal an sich ein spannendes Thema, weil, also spannend auch deshalb, weil das natürlich ein starker, ja, ein starker Painpoint ist, wenn ich was saniere. Ja, ich möchte am Ende ein schönes Gebäude haben, aber es kostet mich leider auch Geld, so. Und tatsächlich ist es meistens der größte Faktor, weil es ist ja auch entweder, wenn ich ein Gebäude kaufe oder auch ein sanierungsfähiges Gebäude, vielleicht auch ein sanierungswürdiges Gebäude erbe oder so, dann stehe ich vor so einer Investition, die mache ich einmal im Leben. Und die will deswegen sehr gut überlegt sein oder meistens einmal im Leben. Und da haben wir Kosten, die rangieren in einem großen Rahmen. Das muss man immer sagen. Es macht schon mal einen großen Unterschied, ob das Gebäude im Taunus oder im Odenwald steht zum Beispiel. Warum? Warum? Das geht schon bei den Lohnkosten von den Handwerkerinnen und Handwerken los. Achso, sozusagen, was die Handwerker haben wollen, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja, das ist so. Und das ist, man merkt auch, natürlich hängt es auch von den Betrieben ab. Wenn ich drei verschiedene Betriebe, selbst alle in Frankfurt anfrage, kriege ich da auch drei verschiedene Angebote für dieselbe Leistung eigentlich. Und dann ist immer die Frage, ja, worin unterscheiden die sich denn? Auch das ist dann eine Leistung, die ein Energieberater leisten kann, zu sagen, ich vergleiche diese Angebote. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Das ist einmal ein Einfamilienhaus in Riedstadt, das zum Effizienzhaus 70 saniert wurde. Da waren Sie selbst vor Ort und haben das gemacht. Genau, das haben wir mit begleitet. Das ist spannend. Wir als Effizienzklasse haben auch die Berechnungen und so gemacht. Und eben diese ganze Fördermittel Begleitung, das ist eigentlich so unser Kerngeschäft, dass wir eben von der Erstberatung am Telefon oder auch vor Ort bis ganz am Ende, wenn die Fördermittel dann auf dem Konto landen, diesen ganzen Prozess begleiten und eben die energetisch relevanten Rechnungen oder Berechnungen durchführen. Genau. Und jetzt muss man sagen, man kann ja, wenn ich was saniere, entweder das Schritt für Schritt mit Einzelmaßnahmen machen oder das volle Paket bei der KfW mit dem Effizienzhaus machen. Die zwei Beispiele, die ich jetzt dabei habe, sind eben zwei so Effizienzhaussanierungen. Da muss man eben wissen, das heißt, ich fasse eigentlich jeden Quadratmeter thermische Gebäudehülle, also überall da, wo quasi ich meine Heizungswärme aufhalten will, an und auch die Anlagentechnik. Und da waren wir jetzt hier eben bei diesem Einfamilienhaus in Riedstadt. Das ist freistehend, zweieinhalb geschossig, also auch ein relativ großes Einfamilienhaus. Die haben insgesamt ungefähr 250.000 Euro bezahlt, wobei dazu dann noch zu sagen ist, dass die hatten keine Architektleitung. Das heißt, die haben das selber mit der Bauleitung gemacht. Das ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Man kann sich auch selber machen, aber das ist eine andere, das kann man eigentlich nur machen, wenn man viel zu Hause ist oder genau, vielleicht im Homeoffice arbeitet oder eben da war die Kunde in der Elternzeit, hat sie also Zeit dafür. Genau, das waren ungefähr 250.000 bis 300.000 Euro, exklusive der Begleitungskosten, da können wir gleich noch was zu sagen. Das ist schon eine stolze Summe, oder? Das ist eine stolze Summe, genau. Das ist fast ein Neubau. Ja, das Haus in Neu wäre teurer gewesen, aber ja, wir reden eben von, deswegen sagte ich vorhin so, das sind Summen, das ist ein Painpoint und den kann man nicht einfach so eingehen, sondern das muss gut geplant sein. Das muss in die Lebensphase, sag ich mal, schon mal passen. Das war jetzt eben ein junges Paar, was dieses Gebäude geerbt hat und dann eben sagt, okay, wir wollen darin unsere Zukunft verbringen, also investieren wir jetzt diesen Betrag da rein. Und das, wir reden ja jetzt ja nur von den förderfähigen, energetisch relevanten Kosten. Dazu kommt ja dann oft noch, dass ich Innendinge umgestalte, wenn ich eh schon die Baustelle habe und sage, ich mache noch, trenne hier noch, also ändere eine Wand, ziehe hier eine neue ein, mache eine neue Küche, neue Bäder. Das ist dann eben energetisch nicht relevant, also in den Kosten, die ich gerade nenne, nicht dabei. Das ist hier das andere Beispiel, weil das war dieses Riedstädterhaus, das war durchgehend bewohnt. Also auch das geht. Das war nicht wirklich eine Kernsanierung, weil die haben an der Elektrik zum Beispiel nichts gemacht. Aber ich kann auch so eine energetische Vollsanierung machen, während man drin wohnt. Das andere Beispiel, das ich mitgebracht habe, war ein Dreifamilienhaus in Hedernheim. Das ist ein Rhein-End-Haus. Da reden wir auch von Effizienzhaussanierung, also Vollz und Effizienzhaus 85. Die haben ungefähr 350.000 Euro für die energetisch relevanten Kosten. Noch mehr. Genau. Wobei da halt auch noch mal mehr Elektrik und so dabei war, was eben auch anteilig förderfähig sein kann. Die haben auch noch mehr sanitärmäßig, musste da getan werden, weil es wirklich, das war ein Gebäude aus 54, 57, was seitdem gar nicht angefasst wurde. Und da war wirklich einmal alles nötig. Also das war eine klassische Kernsanierung. Genau. Und die haben aber insgesamt eine halbe Million bezahlt für alles, was ich so meinte. Neue Bäder da, dann habe ich, die haben halt, ich sage mal, nicht keinen Stein auf dem anderen gelassen, aber die Steine standen noch. Aber ich habe die in die Wände neu gezogen, das Dach wurde komplett erneuert. Also das sind dann noch mal größere Aufgaben, als wenn ich in Anführungszeichen nur dämme. Aber man sieht schon, egal wie man es dreht und wendet, ich rede auf jeden Fall von einer sechsstelligen Summe, wenn ich Gesamtsaniere, also locker sechsstellig. Genau. Und bei größeren Gebäuden entsprechend mehr. Das waren jetzt eben so ein- bis dreifamilienhäuser, die Beispiele. Und wie viele Quadratmeter gibt es da? In beiden Fällen so zwischen 150 und 250, sowas. Es gibt sich, ne, der Quadratmeter allein ist nicht das Entscheidende. Meistens ist es dann eher so die Komplexität des Gebäudes. Also habe ich ein einfaches Satteldach oder sind da noch drei Gauben drin? Dann geht es um so Dinge wie, wie viele Balkone habe ich zum Beispiel, das auch mal die Außenwanddämmung ein bisschen aufwendiger macht. Wie ist mein Gebäudeabschluss nach unten? Habe ich einen Keller, der außen zugänglich ist oder nur innen zugänglich ist? Wie ist mein Treppenhaus aufgebaut? Das sind alles so Details. Deswegen kann man bei Kosten, wenn jetzt Menschen quasi sich aus diesem Podcast Kostenvorstellungen mitnehmen, dann ist es eben, können sie zur Größenordnung denken, okay, in einem Familienhaus kann ich mal auf jeden Fall eine Viertelmillion rechnen, wenn ich alles sanieren möchte zum Effizienzhaus. Nochmal ausdrücklich, das muss ich nicht machen. Es gibt dafür gar keine Pflichten oder sonstiges, aber dann rede ich von solchen Kosten. Gleichzeitig rede ich aber auch von 80 bis 90 Prozent Energieeinsparung. Also steht dann auf der Haben-Seite. So, jetzt kann man natürlich... Ja, jetzt nochmal kurz zu den Kosten. Die sind ja schon relativ groß da gewesen und kann man dann sagen, dass das Haus ja im Prinzip dann 50, 60, 70 Jahre gar nichts oder wenig passiert ist, sodass da eben auch entsprechend wenig Ausgaben zur Renovierung und Instandhaltung geflossen sein müssen. Ja, unbedingt. Also das waren jetzt beides Beispiele mit eben 50er bis Ende 60er gebaut und im Prinzip mit dem Stand belassen. Oft ist es so, dass die Fans da mal eine Zweifachverglasung bekommen hat in den 70ern oder sowas, aber das war's dann auch. Das bedeutet dann auch, dass so ein Haus dann im Prinzip wenig Wert mehr an sich hat, oder? Ja, also das ist nur das Grundstück, was wert ist. Genau, dieses Thema Werterhaltung, das ist ein ganz großes Thema, wenn es um die Frage der Wirtschaftlichkeit geht, weil jetzt kann man natürlich sagen, ich spare hier 90 Prozent Energie ein, aber das kann man sich relativ einfach ausrechnen, dass man sehr lange für 250.000 Euro Öl kaufen kann, jetzt polemisch gesagt. Das heißt, man braucht einen weiteren Trigger, der über die Wirtschaftlichkeit oder über das reine Amortisation, über die Heizenergieeinsparung hinausgeht. Aber der Energieverbrauch wird schon deutlich gesenkt, Sie sagen 90 Prozent. Das heißt, wenn man jetzt vorher irgendwie, weiß ich nicht, 1.000 oder 2.000 Euro hatte, dann sind es jetzt noch 100 bis 200 Euro im Monat. Ja, wobei Energie hängt dann immer davon ab, was für einen Energieträger ich habe. Also wenn ich von Gas auf Wärmepumpe, klassischer Fall zum Beispiel, wechsle, dann habe ich zwar die Energieeinsparung auf der Kilowattstundenseite, aber die Kilowattstunde Strom kostet halt mehr als die Kilowattstunde Gas. Deswegen ist die Rechnung dann im Detail nochmal ein bisschen spannender. Aber ja, grundsätzlich kann man mal so mit den Ideen rangehen. Und dann lohnt sich das wirtschaftlich nicht wirklich? Ja, das ist genau der Punkt. Für mich ist Wirtschaftlichkeit deutlich mehr oder das Lohnen deutlich mehr als einfach nur Heizenergieverbrauch gegen Investitionen umrechnen. Weil es geht schon mal damit los, dass diese Gebäude saniert werden würden, völlig unabhängig davon, ob ein Energieberater oder ob es Förderung gibt oder sonst irgendwas. Irgendwann sind Bauteile fällig, hätte ich gesagt. Das heißt, ein Dach muss erneuert werden irgendwann, eine Fassade muss gestrichen werden mindestens, Fenster werden erneuert, völlig unabhängig von irgendwelchen energetischen Überlegungen. Oft seien es optische oder was auch immer. Ich habe so ein paar Punkte, die ich immer noch nenne, die ein Trigger sein können für so eine energetische Sanierung, die rein von dem klassischen Amortisationsgedanken weggehen. Das ist eigentlich einer der wichtigsten, den Sie gerade angesprochen haben, dieses Thema Werterhaltung. Also man merkt es jetzt auch gerade bei den Preisen, Kaufpreisen von Immobilien, die, das ist sowieso gerade eine schwierige Lage, aber die von energetisch sanierungswürdigen, also die genannten Gebäude, so 50er bis 70er, nicht wirklich was gemacht, die fallen im Preis noch. Oder sind zumindest auf keinen Fall so steigend wie alles das, was ich im Neubau-Segment habe. Oder in den, ja, sag mal so 90er, 2000er gebaut. Das ist ein ganz großer Punkt zum Thema Werterhaltung. Und dann, ja, ich habe es eben schon genannt, ich habe oft einen Triggerpoint durch eine Reparatur. Also ich muss sowieso, oder das ist auch ein Punkt, den wir dann immer gerne nennen, auch wir als Energieberater insgesamt und auch übrigens der Gesetzgeber. Wenn ihr eh ein Gerüst stellt, zum Beispiel, weil ihr eure Fassade streichen wollt, die Mehrkosten dafür, das dann energetisch auch zu ertüchtigen, da kann man dann schon anfangen, über die Amortisation zu sprechen. Weil diese energetisch bedingten Mehrkosten, so heißt das dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss sowieso in jedem Fall den Putz erneuern, ich muss in jedem Fall streichen, ich muss in jedem Fall das Gerüst stellen. Das heißt, diese ganzen Kosten habe ich. Zusätzlich habe ich dann eben die Kosten für das Material der Dämmung und das Anbringen der Dämmung, so einfach gesagt. Und diese Zusatzkosten, da kann man dann eben über energetische Amortisationen oder auch monetäre Amortisationen sprechen, über Heizkosten. Und in diesen Kostenfällen, gibt es da auch noch Förderung dazu oder war das schon abgedeckt? Nee, da gibt es auch Förderung mit dazu. Das, was ich jetzt genannt habe, waren jeweils die Kosten, die die jeweiligen Menschen eingereicht haben, in dem Fall bei der KfW, um zu sagen, darauf hätte ich gerne meine Förderung. Genau. Und das ist eben, je nachdem, was für ein Gebäude ich habe, unterschiedliche Höhen, die ich einreichen kann. Das ist im Einfamilienhaus auch gerne mal zu wenig. Also in dem Fall, ich hatte hier vorhin die Viertelmillion genannt, einreichen konnten die aber nur, weil sie nur eine Wohneinheit haben, 150.000. Das Dreifamilienhaus, die hatten quasi 360.000 damals zur Verfügung, die haben die voll ausgereizt. Das ist aber sehr, weil es eben nach Wohneinheiten gestaffelt ist, unterschiedlich. Aber die Kosten, die ich genannt habe, waren immer vor Förderung. Da geht dann immer noch was von ab. Wie viel war das so in den Fällen? Das waren einmal 30 Prozent und bei dem anderen 45 Prozent. Okay. Das waren in dem erstgenannten Haus, im Einfamilienhaus in Riedstadt, waren es, ich glaube, 45 Prozent oder sogar 50 oder sowas in dem Dreh. Und bei dem Dreifamilienreihen-Endhaus waren es 30 Prozent. Und das steigt dann immer, also warum es unterschiedliche Zahlen sind, hängt erstmal davon ab, wann wurde das beantragt, weil sich Fördermittel öfter mal ändern. Und das hat auch was damit zu tun, vor allem, was für eine Effizienzhausstufe ich erreiche, also wie gut mein Gebäude am Ende wird. Und das beeinflusst das dann. Allerdings heißt natürlich auch, wenn ich eine höhere Stufe habe, höhere Kosten, dann muss man immer so einen Sweetspot finden. Und auch das ist dann so eine typische Beratungsleistung. Gut, das ist ja doch eine ganz ordentliche Förderung und auch Summen, die dann da entstanden sind, die der Staat dazugibt. Das ist ja auch noch vielleicht ein Anreiz für den einen oder anderen, der sich überlegt, gehe ich das an und wie mache ich das? Andere sind aber vielleicht ja doch von diesen Summen erstmal erschrocken und gehen dann eher auf kleinere Maßnahmen zurück. Was kostet denn so eine Dachsanierung oder die Wände oder was ist überhaupt am besten? Womit fange ich im Einzelnen an? Ja, auch eine ganz typische Frage von den Menschen, die zu uns kommen und sagen, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, ich habe jetzt gerade eben sehr hohe Zahlen genannt. Das ist eben dieses Konzept Effizienzhaussanierung, aber das muss ich so nicht eingehen. Ich kann das eben, wie Sie gerade auch gefragt haben, schön nacheinander in Schritten machen. Und dann reden wir eben von so den vier, fünf Bereichen. Das wäre einmal das Dach, das wären die Fenster, das wäre die Fassade und die Anlagentechnik, sind so die vier Klassiker. Dann kommt da eben noch der untere Gebäudeabschluss, also entweder Kellerdecke oder Bodenplatte hinzu. Und das Thema Lüftung und Photovoltaik. Das ist aber alles so unter dem Thema Anlagentechnik, also Heizung, Lüftung und Photovoltaik sind so die drei klassischen Anlagentechnikpunkte. Das ist so der große Strauß der Möglichkeiten, der überhaupt geht. Und wir reden da meistens, also wenn man jetzt an so ein unsaniertes Gebäude aus den 60ern denkt, dann ist meistens das Dach der erste Schritt aus energetischer Sicht, weil ich eben nach oben sehr vereinfacht, physikalisch gesagt, die meiste Energie verliere. Und wenn das gar nicht gedämmt ist, ist es eine große Fläche, die einen sehr schlechten Wärmedämmwert hat. Also fange ich damit an. Da reden wir von Kosten auch wieder hier. Ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt, wo man hingeht, wie komplex das Dach ist, wie viele Gauben, wie viele Fenster da drin und so weiter. Aber ich habe mal als grobe Richtwert so 60.000 bis 90.000 Euro aufgeschrieben für eine Dachsanierung. Auch wieder hier, wir kommen da, also was wir machen, sind aktuelle Angebote und Rechnungen, die uns vorliegen, auswerten, die auf den Quadratmeter runterrechnen und dann wieder hochrechnen auf das passende Gebäude jeweils. Deswegen kommen wir ungefähr auf diese Werte. Der zweite Schritt ist dann oft so ein Zusammenschluss aus Fenster und Fassade, weil die eben baulich sehr, ja, miteinander verbunden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen auch, es sinnvoll ist, die miteinander zu denken, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Da reden wir bei Fenstern von irgendwas zwischen 15.000 und 40.000. Je nachdem, wie viele Fenster ich habe, möchte ich ein einfaches Kunststofffenster haben oder möchte ich irgendwie ein Verbundfenster haben, das innen eine andere Farbe hat als außen und so. Das macht natürlich große Unterschiede. Wie aufwendig ist meine Rollladensanierung? Alles solche Punkte. Ähnlich wie beim Dach, das Thema Gauben und Fenster, gibt es bei jeder Maßnahme preistreibende Faktoren, sage ich mal, die einfach baulich vorgegeben sind im Zweifel. Dann ist der klassische Fall eben die Fassadendämmung. Da reden wir von irgendwas zwischen 50.000 und 90.000. Wir reden immer so von Ein- bis Zweifamilienhäusern. Auch hier, wenn ich ein reines Mittelhaus habe, ist es natürlich weniger. Da habe ich nur zwei Flächen. Da ist oft auch weniger dominant die Fassade, weil ich eben sowieso nur zwei Flächen habe. Da sind dann auch noch Fenster. Das heißt, da ist der Quadratmeter Außenwand gar nicht so entscheidend, wie wenn ich ein freistehendes Haus habe. Da habe ich meistens eben der größte Anteil der Hüllfläche ist die Fassade. Und damit habe ich auch da die größten Verluste. Und Anlagentechnik, auch der Klassiker, ich möchte eine Wärmepumpe haben. Das sind die Preise am volatilsten, würde ich mal sagen. Aber da habe ich jetzt mir ja aufgeschrieben, so 25.000 bis 40.000 plus Wärmeübergabe. Also Wärmeübergabe meint alles, was im Gebäude passiert. Noch mit Heizkörpern. Heizkörpern, klassischer Fall. Oder wenn ich natürlich sage, ich mache in dem Zuge in der Kernsanierung oder so, kommt auch ganz oft vor, Leute wollen irgendwo einziehen. Und in dem Zug wird eh der Boden erneuert, dann mache ich eine Fußbodenheizung rein. Das ist natürlich ein anderer Faktor, als wenn ich in jedem Raum einen Heizkörper hänge. Vor einigen Jahren hat das ja noch wenige Menschen interessiert, jetzt was Sie sicherlich erzählen, aber auch was irgendwie im Keller für eine Heizung war. Das hat sich jetzt so vor einem Jahr geändert mit dem Heizungsgesetz. Da gab es große Aufregung und auch viel Ärger, auch in der Regierung. Erleben Sie das auch weiterhin so? Ja, nicht mehr so stark wie letztes Jahr natürlich, aber im Prinzip sind wir, ich sage das immer so, wir sind seit, das war ja so im April war der erste Leak dazu, also und dann im Sommer ging die Diskussion so richtig heiß her, im wahrsten Sinne des Wortes 2023. Und eigentlich sind wir seitdem damit beschäftigt, politische und mediale Kommunikation zu kommentieren, manchmal auch zu korrigieren und zu ergänzen und da eben ganz viel Verunsicherung rauszunehmen, weil die gibt es, die ist aber aus unserer Sicht gar nicht nötig, die ist nur dadurch entstanden, also die ist inhaltlich, steht die nicht im Gesetz, sage ich mal, sondern die ist dadurch entstanden, wie damit kommuniziert wurde oder wie das kommuniziert wurde, wie damit ja eben politisch und medial umgegangen wurde. Für mich ist schon der wichtigste Punkt der Name, denn dieses Gesetz heißt Gebäudeenergiegesetz und nicht Heizungsgesetz. Da stehen ganz viele andere Dinge zu Gebäuden drin und es gibt eben diesen tollen Paragraf 71, glaube ich, der sich um die Heizung dreht, mit ganz vielen Unterparagrafen, aber das geht in der Benennung des Problems schon los, wenn ich es Gebäudeenergiegesetz nenne, da geht es schon um viel mehr Dinge und es ist kein Gesetz, was irgendwie, wo drin steht, ich muss meine Heizung rausreißen oder sowas. Aber auch das wird als Sorge an uns herangetragen, aber ich muss die Heizung doch nächstes Jahr erneuern. Nein, meistens die Antwort. Und dann geht es wirklich darum, individuell aufzudröseln, was für genaue Anforderungen bestehen an deinem Gebäude, weil dein Gebäude größer, kleiner ist, weil das eine WEG ist, weil es dezentral beheizt wurde oder zentral. Also diese ganzen Faktoren, die da mit reinspielen, in welchem Gebiet es steht, gibt es in der Kommune schon eine kommunale Wärmeplanung und so weiter und so fort. Und das ist dann eben dieses Thema Ergänzen der medialen Kommunikation, weil dieses Thema ist so komplex, das kann ich in einem Artikel nicht abbilden. Da brauche ich eine individuelle Beratung und das ist dann genau dieses Thema, für das wir da sind. Es gab dann doch und gibt immer noch viele Menschen, die ja an ihrer Gasheizung oder auch Ölheizung festhalten wollen, weil es so das bisher ist, was sie da immer kannten. Wie gut funktioniert denn da eine Werbepumpe? Schön, also wenn man die Frage so einfach stellt, dann würde ich sie ganz einfach beantworten, immer. Und jetzt natürlich muss ich es ja eingrenzen. Das heißt, es kommt auf die wirtschaftlichen Kosten an. Eine Wärmepumpe funktioniert natürlich technisch und kann jedes Haus beheizen. Die Frage ist, wie effizient läuft das dann am Ende und wie viele Stromkosten habe ich dann noch? Und das ist dann wieder der Punkt, ich brauche eine gute Planung, eine gute Berechnung, da ist das Stichwort Heizlastberechnung, dass ich mir eben ausrechne, wie groß muss der Wärmeerzeuger insgesamt sein? Dann aber auch, wie groß müssen die Wärmeübertrager, also Heizkörper in den einzelnen Räumen sein, damit ich eben bei niedrigen Vorlauftemperaturen, jetzt technischer Vorausgriff, weil das eben der entscheidende Faktor dafür ist, dass die Wärmepumpe effizient funktioniert, wie kann ich bei niedrigen Vorlauftemperaturen trotzdem mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer noch warm halten? Und dann, das ist dann eben dieses Sorgennehmen. Da kann man ganz, ich sag mal mathematisch, physikalisch die Sorgen nehmen und sagen, ich kann das berechnen und ich habe das Gebäude vor mir, das kann ich modellieren und dann kann ich den Kunden sagen, geht, geht nicht, geht unter folgenden Voraussetzungen, würde ich machen unter folgenden Voraussetzungen, so. Neu hinzugekommen ist ja nochmal ein bisschen die kommunale Wärmeplanung, auf die jetzt vielerorts gewartet wird, die auch Fernwärme als Möglichkeit nochmal bietet. Ist das sinnvoll, sich da als Hauseigentümer darauf zu warten oder lieber eine Wärmepumpe einbauen oder doch an Öl und Gas festhalten? Also letzteres würde ich jetzt auch ganz idealistisch, wie ich bin, schon mal ausschließen. Aber die Frage nach zentraler Beheizung einer Kommune über eine Bereitstellung von Fernwärme oder eben eine dezentrale Beheizung über Wärmepumpen, die stellt sich natürlich in den größeren Kommunen eigentlich jedem. Jetzt kann man aber relativ einfach Annahmen treffen. Und das können wir dann auch im Zweifel machen, weil man kann sich, wir haben das typische Beispiel, ich komme aus Darmstadt, da gibt es ein schon jetzt bestehendes Fernwärmenetz und das ist in bestimmten Stadtteilen und es gibt Stadtteile, da ist auch kein Geheimnis, wenn man zum Beispiel sagt, wir gehen in Darmstadt, das ist klassischerweise die Heimstädtensiedlung, das ist ein südwestlicher Teil von Darmstadt, ein sehr von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägtes Siedlungsgebiet, das eine ganz geringe Wärmedichte hat, so sagt man. Das heißt, man kann sich vorstellen, in einem Straßenzug von einem Kilometer, wie viel Wärme wird da eigentlich gebraucht? Und das ist da natürlich viel weniger, als wenn ich an die Darmstädter Innenstadt denke, wo eine Blockrandbebauung herrscht, wo eigentlich jede Tür, die ich gehe, zu vier bis sechs oder sieben oder acht Wohneinheiten führt. Das heißt, da habe ich pro Kilometer Straßenzug eine viel höhere Dichte an Wärme und das ist natürlich für einen Fernwärmebetreiber natürlich auch viel attraktiver, erstmal aus technischer und dann auch wirtschaftlicher Sicht, zu sagen, ich lege meine Fernwärmeleitung dahin, anstatt in die Heimstädtensiedlung, wo ich eben ganz nur sporadisch, sage ich mal, die Wärme abgenommen wird. Und wenn man solche Extreme hat, dann kann man sich sehr gut sagen, auch jetzt schon ohne kommunale Wärmeplanung, in einer Heimstädtensiedlung in Darmstadt Südwest werde ich eine dezentrale Beheißung vornehmen müssen. Da wird nie eine Fernwärmeleitung liegen und in der Zentrale oder in der Innenstadt von Darmstadt ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass da Fernwärme hinkommt. Und so können dann auch eben Anwohner von anderen Kommunen, wenn ich eine kleine Kommune bin mit, weiß ich nicht, 2000 Einwohnern und um mich rum ist nirgendwo ein Rechenzentrum und eine Wärmequelle und ich bin von Einfamilienhäusern geprägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegen 100%, dass da niemals Fernwärme liegen wird, weil das technisch und wirtschaftlich keinen Sinn ergibt. Und so kann man schon mal Vorüberlegungen treffen von der kommunalen Wärmeplanung, weil auch eine kommunale Wärmeplanung ist nicht viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe, die eben so ein bisschen die Stadtteile, aber auch nicht parzellenscharf, sondern eben Stadtteil- oder Quartierscharf sagt, das ist ein dezentrales zu versorgendes Gebiet, das ist ein zentral zu versorgendes Gebiet. Und auch dann kann ich selbst, wenn ich jetzt in einem Gebiet wohne, wo ich denke, da könnte Fernwärme hinkommen und ich da jetzt eine Wärmepumpe einbaue, dann kommt niemand und sagt dann, in zehn Jahren ist es Fernwärme, jetzt musst du aber deine Wärmepumpe rausreißen und jetzt die Fernwärme einbauen. Sondern ich habe ja jetzt schon das Gebäudeenergiegesetz erfüllt mit der Wärmepumpe und dann bin ich quasi, es ist das Gebäude in der Hinsicht, was die Heizung angeht, klimafit. Und wenn jetzt jemand loslegen will, wie findet er dann Energieberater? Das ist der erste Schritt? Ja, genau. Das ist der klassische erste Schritt und dann gibt es tatsächlich auch eine zentrale Anlaufstelle. Das ist die sogenannte Energieeffizienz-Experten-Liste. Also wenn man das sucht, Energieeffizienz-Experten, dann findet man das. Das ist eine von der Deutschen Energieagentur verwaltete Liste, wo wir als zertifizierte Energieberaterinnen und Energieberater, die sich dann eben nicht, der klassische Begriff heißt dann Energieeffizienz-Experte, so nennen, wo wir eben alle gelistet sind. Da kann man nach deiner Postleitzahl suchen und sagen, welchen Umkreis möchte man haben und kriegt dann eine Liste der ganzen Menschen, die das dürfen. Ja, sehr gut. Wenn man jetzt ein altes Haus hat und da überlegt, was zu machen, dann entstehen da hohe Kosten. Aber am Ende ist es dann so, dass man quasi einen Neubau hat von den energetischen Maßnahmen, dass man so einen geringen Energieverbrauch hat wie im Neubau mit vielleicht geringeren Kosten, als es wirklich wäre, wenn man es neu baut. Und zusätzlich hat man noch mal ein bisschen was für die Nachhaltigkeit getan, weil man ja das Haus nicht abreißt und neu baut, sondern das Haus stehen bleibt. Genau, also das, wenn man sich so ein Gebäude anguckt, wo fließt quasi die meiste Energie hin, dann ist das klassischerweise eben Beton beziehungsweise Steine. Und die sind auch der klassische Fall, die bleiben bestehen. Selbst wenn ich eine Kernsanierung mache, dann bleiben die Mauern bestehen. Und ja, da kann man ein gutes Argument für finden, zu sagen, das ist was für die Nachhaltigkeit, wenn ich eine bestehende Immobilie saniere. Gut, jetzt hat der Neubau natürlich noch ganz andere Probleme, sei es erstmal mit Grundstückspreisen und so weiter. Und es gibt ja auch Kommunen, die sagen, wir weisen gerade gar nichts mehr aus, wir müssen nur nachverdichten oder sowas. Es ist gar nicht so trivial zu sagen, ich baue mir jetzt einfach ein Einfamilienhaus irgendwo hin. Genau, deswegen ist dieser Fall, bestehen die Immobilie erwerben oder erben oder wie auch immer, vom Himmel fallen. Und die dann eben zu sanieren, oft attraktiver. Das ist auch ein klassischer Fall. Also wir betreuen auch Neubau, aber wir betreuen, im Prozentsatz ist es nicht ein gering im Vergleich zu der Sanierung. Ja, mit dem vom Himmel fallen ist es wahrscheinlich schwierig. Ja. Trotzdem vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Ingen, was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, ich komme ja so leicht aus dem Norden, immerhin aus Niedersachsen. Da ist ja so dieses Abwarten und Tee trinken immer eine ganz gute Variante. Es scheint mir auch in diesem Fall echt ein guter Punkt zu sein, einfach mal so zu gucken, müssen nicht vielleicht sowieso Wände mal wieder gestrichen werden oder muss das Dach renoviert werden? Also sowas mal abzuwarten und dann zu gucken, ob man vielleicht größer in so ein Thema einsteigen muss. Und dann kann man einfach wirklich mehr mitmachen und dann ergibt das Ganze vielleicht auch so eine Art Konzept. Und man bruckelt sich da nicht von einer Baustelle zur nächsten. Und dann kann man auch etwas Geld sparen. Aber ich fand auch echt die Summe, die der Energieberater genannt hat, wirklich interessant. Ich meine, wir reden von sechsstellig. Das stimmt. Und insofern ist vielleicht nicht abwarten und Tee trinken und nichts tun die Lösung, sondern abwarten, Tee trinken und sich Gedanken machen und sich zu informieren und vielleicht auch mal einen Energieberater ranzuholen, schon bevor irgendwie viel passiert. Und die Summen, die er genannt hat, gelten ja auch für sehr alte Häuser, in denen vorher wenig passiert ist. Die Beispielhäuser sind da 50 Jahre und mehr alt. Und das wird ja oft vergessen. Ein Haus ist ja ein Wertgegenstand, aber kann eben auch abgenutzt werden. Und irgendwann ist dann die Substanz nur noch gering und umso mehr ist zu tun. Das sehen wir jetzt auch auf den Immobilienmärkten beim Hauskauf. Die Angebotspreise liegen niedriger, wenn der Energieverbrauch des Hauses höher liegt, wenn da also wenig in Schuss ist. Und das finde ich tatsächlich auch echt interessant. Das sehen wir ja auch in unserer Berichterstattung zu dem Immobilien. Du hast es eben schon angesprochen. Tatsächlich, wir haben ja sehr oft immer so von Lage, Lage, Lage gesprochen. Aber so dieses Thema Energie, was für einen Schub das echt in den letzten Jahren bekommen hat. Die Leute gucken und müssen mehr auf das Thema Effizienzklassen gucken. Also deswegen ist Lage, das haben auch schon viele gesagt, man rückt da nicht von ab. Es wird auch noch nicht ersetzt, aber es ist einfach echt ein total entscheidender Faktor. Jan, dann sind wir ja schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du dabei? Autos. Fast hätte ich brummbrumm gemacht. Oh Gott. Autos. Wo ich doch so eine ausgewiesene Auto-Expertin und vor allem auch ein ganz großer Auto-Fan bin. Worum geht's? Ja, es geht um Autohersteller und zwar nicht um irgendeinen Hersteller, sondern um Volkswagen. Eigentlich ist das ja ein halber Staatsbetrieb mit dem Land Niedersachsen als Miteigentümer, aber tatsächlich läuft das nicht mehr so ganz gut bei denen und es sollen noch deutlich mehr gespart werden als bisher und dafür gibt es wahrscheinlich auch neue Schritte. Viele Fabriken sind schlecht ausgelastet, die Kosten sind zu hoch. Jetzt könnten sogar Werke geschlossen werden. Ja, das ist tatsächlich echt ein ziemliches Ding, was uns da gestern erreicht hat. Die Nachrichten dazu, deutsche Werke möglicherweise geschlossen. Jetzt trifft es echt auch die Mitarbeiter und die gehen jetzt natürlich erstmal auf die Barrikaden. Du hast es schon gesagt, VW ist ein ganz besonderes Unternehmen, weil das Land Niedersachsen da eben mit drin hängt. Das ist immer politisch, nie einfach und es gibt immer sehr viel Streit mit den Gewerkschaften und die Verhandlungen über diesen neuen Haustarif. Die stehen ja erst noch bevor. Das könnte echt ein heißer Herbst hier werden. Genau, das Land Niedersachsen müsste mit und eben auch die Gewerkschaften haben irgendwie einen besonders starken Punkt nochmal und können viel mitbestimmen. Der Aktienkurs hat sich am Montag auch nur so ein leichtes Plus erreicht, immerhin. Aber wer vor Jahren Aktien von Volkswagen gekauft hat, wird sich meist geärgert haben. Innerhalb von drei Jahren ist der Aktienkurs von VW um die Hälfte gesunken. Allein in den vergangenen sechs Monaten war es ein Minus von 20 Prozent. Ja und VW steht in dieser Woche sowieso ziemlich im Fokus. Jetzt gerade in diesen Minuten an diesem Dienstag, den 3. September ist ja auch der Winterkornprozess. Da geht es nochmal um diesen Dieselabgasskandal, wovon auch der Chef nichts gewusst haben wollte. Also das hat Volkswagen alles nach wie vor schwer im Griff und nicht nur die Vergangenheit, sondern auch so Gegenwart und Zukunft. Der Vorstandschef von VW steht sowieso sehr in der Kritik. Der Oliver Blume, der ja nicht nur VW-Chef, sondern auch Porsche-Chef ist, da gibt es sowieso immer wieder Diskussionen drum, kann eigentlich ein Vorstandschef Vorstandschef von zwei Unternehmen sein. Das hat übrigens den Aktienkurs in den letzten Monaten, da hatten wir sogar auch mal eine sehr gute Geschichte von unserem Korrespondenten Christian Müsgens in der Zeitung und auch im Internet. Das stößt Investoren sehr sauer auf. Also das Thema VW und Aktienkurs ist eins, was uns auch noch weiter begleiten wird und ist auf alle Fälle weiter im Blick wert und da werden wir auch in der Berichterstattung auf alle Fälle dranbleiben. Da scheint der Glanz zumindest ein bisschen abzusein an ganz verschiedenen Stellen. Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. In den Shownotes stehen noch einige Links zu Texten rund um die Energieberatung und ich werde auch mal den VW-Text dort reinpacken. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.frz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld. Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächstes Jahr. Vielen Dank.